Mit zunehmendem Alter sinkt die Fruchtbarkeit bei Frauen deutlich. Trotzdem entscheiden sich viele erst später für ein Kind. Aber wie hoch sind die Chancen, mit 45 Jahren oder älter noch schwanger zu werden? Ab 35 Jahren beginnt bei Frauen die Fruchtbarkeit zu sinken, ab 40 Jahren drastisch. Im Alter von 42 liegt die Fruchtbarkeit nur noch bei 5% im Vergleich zu einer 25-Jährigen. Das Risiko von Fehlgeburten und Chromosom-Fehlern steigt ab 40 ebenfalls erheblich. Mit 45 ist der Körper einer Frau aber durchaus noch in der Lage, eine Schwangerschaft zu verkraften. Dafür ist jedoch eine gesunde Lebensweise unerlässlich. Nicht rauchen, das richtige Gewicht haben, Sport treiben, sich gesund und ausgewogen ernähren. Eine übergewichtige Frau über 40 hat beispielsweise ein erhöhtes Risiko, an Diabetes und Bluthochdruck zu erkranken. Tatsächlich sind diese Krankheiten während der Schwangerschaft in diesem Alter zwei der häufigsten Probleme. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass das Alter der erste Faktor ist, der eine Schwangerschaft gefährdet und dass diese Krankheiten auch einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Fötus und das zukünftige Wachstum des Kindes haben können.